Marco Stankovic ist wieder zurück in Graz. Die Erwartungen an ihn sind groß, aber Stankovic warnt. Also sicher ist die Mannschaft sehr gut, hat sehr viel Qualität, aber wenn man unsere alte Struktur anschaut, ist das unglaublich. Das habe ich selbst bis jetzt in meiner Karriere noch nicht gehabt, dass es durchaus passieren kann, dass ich der zweitälteste am Platz bin. Also es ist wirklich erstaunlich und von dem her kann es sicher sein, dass es gewisse Schwankungen gibt. Einer dieser Jungen ist Marco Djuricin. Im Vorjahr noch von einem Kreuzbandriss gebremst, will er dieses Jahr vom Neuzugang profitieren. Man sieht ja, dass er ein super Fußballer ist und ein gutes Auge hat für die Spieler. Das hat ganz gut geklappt, die ersten drei Trainings. Jetzt war er verletzt, heute hat er wieder mittrainiert und man sieht, er hat einfach wirklich viel Erfahrung. Auch die Vereinsführung ist von Stankovic überzeugt. So wie er ins Team hineingetreten ist, wie er aufgenommen wurde, ist das genau der Part, den er zusätzlich erfüllen muss. Er muss diese Führungsrolle übernehmen, sein Mann stehen und gerade in schwierigen Situationen ein bisschen für Ruhe zu sorgen, auch im Spielfeld. Das ist seine Rolle und die fühlt er vom ersten Tag an, sage ich jetzt einmal zumindest im Trainingslager, sehr gut aus. Ein junger Kader mit hohen Erwartungen. Keine leichte Aufgabe, aber mit einem Routinier wie Markus Stankovic hoffentlich leichter zu bewältigen.